Zürcher Derby Grüß Mierland Ich heisse euch herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog Natürlich zum Zürcher Derby GZ Zürich und GFC Zürich Ich hoffe es wird ein geileres Spiel als letzten Sonntag Das gegen Basel Nichtsdestotrotz, heute neue Chancen Das Wetter ist herrlich Wir haben 7 Grad Ich nehme euch mal mit Viel Spass mit dem Vlog Ich hoffe ihr werdet Freude haben Nur so nebenbei, wir haben 2 riesige Vereine in Zürich DC Zürich und FC Zürich Es kann ja nicht sein, dass so Mannschaften in so einem Stadion spielen Wenn man überhaupt dem Stadion sagen darf Das ist eher Lichtathletik Arena Ich freue mich sehr auf das Derby Aber das Stadion kackt mich so an Es ist ein Skandal Dass so geile Vereine in so einem Stadion spielen müssen Ich bin auch gespannt Was die Fans hier hinbringen Ich weiss nicht was passieren wird Ich werde es sehen Jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dem Vlog Ab in den letzten Runden 2 zu 1 für Zürich 2 zu 1 für Zürich Und wir sind wieder drin Sitzplatz Hier haben wir die GZ-Kurve Und hier hinten die Südkurve Der Hopper steht bereit Wir sind bereit Spiel geht bald los Ja, die GZ-Fernkurve Klein aber hoch Ja, die GZ-Kurve Ich kann ein bisschen rumlaufen Aber die Zürich Lass sie nicht singen Die GZ-Kurve 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 Woho! Was ist denn das, Mann? Lektor! Alles ist angerettet! Fürs 284er Stadt Derby! Jetzt geht es von links nach rechts spielen und eine Frau wird das Spiel heute leiten. Ob das gut kommt, mal schauen. Let's go! Wohoooi! 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 Ich habe sichergestellt, ein bisschen am Rand fallen. Dir, 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 dir! Hei! 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 Wo ist die Türsung? Der ist ein Reise der Gold. Geh mal! Geh mal! ... Schuss. Oh mein Gott, was für ein Goal! Ein riesen Goal von Krasnichi, riesen Goal! Und natürlich hat er die Zeitkurve jetzt aus. Kennen wir es anders? Ich sehe da grosse Löcher bei GC. Das ist ein schwacher Pass. 28 Minuten geht zur Fernsehung. Sie lässt sich Chimine versauen. Oh, jetzt kann es nicht mehr werden. Du, ich spiel von Zürich. Oh, oh! Oh, oh! Wir sind vorne, wir sind vorne. Dritte Chance von Zürich. Ich muss sagen, der Stadion ist ein Rache. Gut, bis jetzt. Das ist überall. Riese Chance von Zürich, aber sie ist noch nicht dabei. Riese Chance von Zürich. Jetzt geht's mit einer Chance. Und, und. Uuuuui! Knapp, knapp! Nachschminkzeit, eine Minute. Die erste Chance für Zürich. Riesen-Latten-Schuss. Halbzeit-Analyse. Zürich ist ganz klar besser im Spiel. Viel, viel besser. Sie haben viel mehr Chancen. Sie haben sich auch mit dem Goal belohnt. Ja, GZ hat einige Fehler. Sie schaffen es nicht, Chancen zu kreieren. Aber was ich garantieren kann, dass das niemals ein Resultat wird sein. Nie, niemals. Ich denke, da kommt GZ mit einer ganz anderen Kraft raus. Zwei Samen, sie fangen gerade an. Was ist da los? Willkommen im Zürcher-Derby. Und wir geben es wieder eine nächste Chance. Schonig fertig. Und... Und... GZ mit einer riesen Chance. Laman-Analyse und Zürich gesch gather. Er muss zur Basse Gott ausfragen, aber ja, nämlich wirumen haben. Und noch nicht fertig. Nächste Chance von GC. Also wir schieben die 64. Minute und GC ist die beste aus dem Garderobe zu kommen als der SCZ. Könnte spannend werden. Nächste Chance von GC. Nächste Chance von GC. Und. 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 Wow 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 90. Minute, 95. Minute, Pascal Schürr entscheidet das Derby in der 95. Minute durch ein riesen Fehler von Kamberi. Letzte Chance für Zürich. Der Spiel ist fertig. Die GZ ist auf der Tür in 2-3. Die Matchanalyse kommt nach Hause, wie immer. Wir spielen jetzt die Vier vor der Kurve. Wir spielen jetzt die Vier vor der Tür in 3-3. Die Vier vor der Tür in 1-3. Kann mir irgendjemand erklären, was das für ein Spiel war? Wir wollten es derby, wir haben es derby bekommen. 95 Minuten pure Unterhaltung. Erst Halbzeit war Zürich viel die bessere Mannschaft, mehr Chancen gekreiert, haben sich sogar mit einem Goal belohnt. Geht in die Halbzeit rein, kommt aus dem Gardero wieder raus. Einmal ist die GZ die bessere Mannschaft, viel mehr Chancen, machen es 1-1. Und meiner Meinung nach haben es 2-1 an mehr GZ gewählt. In der Halbzeit ist fast nichts mehr von FCZ. Und dann am Schluss passiert so ein Lucky Punch. Derby ist gerade heute an GZ. Gratuliere, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, da unten kannst du irgendwo liken, da unten kannst du irgendwo abonnieren. Macht doch das, ihr würdet mich unterstützen. Und auch wenn nicht, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen.